ARD Text im Auftrag von Funk Kann ich hier runterspringen? Was passiert wenn ich hier runterspringe? Was passiert wenn ich hier runterspringen? Na dann, jetzt mal allein eine Mission Mal sehen was dabei rauskommt Kommt mir bekannt vor Nur anders Die will anscheinend nicht mit mir reden Ah, alles klar Jetzt Das ist also kein Dungeon Sondern Normaler Raum Ich hätte mir jetzt bestimmt durchlesen müssen Was die will Durchweg Durchweg Aha Das Hat eindeutig was Das hat eindeutig was Kann ich hier runterspringen? Was passiert wenn ich hier runterspringen? Will ich es rausfinden? Nee, eigentlich will ich es grad noch nicht rausfinden Beim nächsten Mal vielleicht Was war das? Achso, ging nur in den Briefkasten Alles klar Achso, es gab nur drei Achso, es gab nur drei Na gut Achso, es gab nur drei Achso, es gab nur drei 2 3 3 2 4 1 4 6 5 5 6 7 Eigentlich, ach doch, ich gehe hin. Klar, was soll ich denn Schlimmes passieren? Wenn ihr Interesse habt, dann sprecht doch mit Feldwebel Creed bei der Taverne zum gefallenen Turm. Wir sind bereit für erbrachte Dienste zu zahlen. Okay. So. Akku ist leer. Oh. Oh, hat er schon reit hier? Die Vielfeil-Orks sind für ihre Wildheit und Grausamkeit begegnet. Einige unserer Patrouillen sind im Waukinenweg verschwunden. Vermutlich wurden sie von den Vielfeil-Orks gefangen oder getötet. Sollten einige der Soldaten noch am Leben sein, müssen sie gerettet werden, bevor sie in die Hände von orkischen Folterknechten fallen. Wie viel mehr Infos? Wollen wir mehr Infos? Ich denke nicht. Ach, hier oben ist gar kein Lagerfeuer. Schade. Ist das überhaupt der richtige Weg? Toll, jetzt bin ich hier und nur? Wachen retten, hier liegen keine Wachen. Was soll ich denn jetzt hier? Jetzt mal im Ernst. Nervt mich schon ein bisschen. Hm. Und, was machst du? Sieht nicht gerade sicher aus, wie? Sieht nicht gerade sicher aus. Jetzt mal im Ernst. Was bringt es mir denn hier? Ups. Toll. Langsam nervt es hier. Letzter Zeit hatten wir viele durstige Gäste. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe viele Bestellungen, aber einige meiner Leute sind heute nicht zur Arbeit gekommen. Die Taverne ist voll, ich kann die Getränke nicht selbst ausliefern. Wenn ihr diese Biere für mich abliefert, würde ich euch dafür angemessen entlohnen. Du dumme Schwächlinge kommen her, um sich ihre Gehirne zu ertränken. Okay, okay, okay. Quest angenommen. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Du bist décidé? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Wie entspricht dir zu dir. Ups aus. Noch ein Bier? Hier, hier. Noch ein Bier? Na, immer doch. Du siehst auch gruselig aus. Danke für die Hilfe. Niemand hat euch Probleme bereitet, oder? Manchmal kann es hier sehr rauszugehen. Wobei, die Getränkelieferer sind normalerweise am sichersten. Gibt's denn... Hier ist das Feuer, sehr schön. Goldenkeister. Äh, von 25? Ich glaube langsam habe ich die Mission kapiert. 12 von 25? Ja. 12 von 25? Klar kann ich ihn sehen. Er hat mich jetzt leider auch. Ja. 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 Ach, das war ein Ogre. Ok. So, dann hätten wir 17 Blöderhund Ach, die zählen jetzt nicht dazu oder was? Blöderhund Blöderhund Das musste ich doch auch machen, oder? Machen, befreien. Okay, dann... Den habe ich jetzt bestimmt verfolgt, oder? Ja, warum auch nicht? So, wer bezahlt mich jetzt? Stufe 10. Gut, würde ich sagen, reicht das auch für's Single-Spiel heute. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal.